Herr Becker, Sie haben im Vergleich zum letzten Mal fast 10% an Stimmen eingebüßt. Wie groß ist die Erleichterung, dass es trotzdem zum Direktmandat gereicht hat? Ja, die Erleichterung ist natürlich riesengroß. Ich habe zwar nicht ernsthaft damit gerechnet, dass der Wahlkreis sozusagen in Gefahr gerät, aber er tröstet nur schwer darüber hinweg, dass das ein schwerer Abend, ein schlechter Abend für die SPD in Nordrhein-Westfalen ist. Mit welchen Gefühlen fahren Sie morgen nach Düsseldorf in die Landeshauptstadt? Mit Traurigkeit und mit Nachdenklichkeit. Ich denke, dass wir morgen in Düsseldorf, aber auch an anderer Stelle sehr darüber nachzudenken haben, wie dieses Ergebnis zu erklären ist. Ich habe gerade vor meinen Leuten schon gesagt, es gibt keine monokausale Begründung. Da sind mehrere Punkte, die wir abzuarbeiten haben. Da werden wir morgen mit anfangen. Dass das so deutlich ausfällt, da habe ich nicht mit gerechnet und war natürlich super zufrieden, dass sich auf jeden Fall zu der Zeit für meine Partei der Wahlkampf schon echt ausgezahlt hat. Wir werden dafür sorgen, dass es im Bereich Bildung, Infrastruktur und Sicherheit wieder nach vorne geht. Wir werden den Vorwärtsgang in diesem Land wieder einlegen und uns aus den letzten Plätzen wieder in die Spitzenplätze führen. Ja, ich sehe das Ergebnis mit einem lachenden Auge für meinen Wahlkreis 70, Herthen und Mahr. Da liege ich gut vorne und kann mich auf eine zweite Amtszeit freuen. Dennoch gibt es auch ein weinendes Auge mit Blick auf die Mehrheitsverhältnisse im Landtag Nordrhein-Westfalen. Und da ist Oppositionsarbeit angesagt. Ja, das ist der Landesdurchschnitt. Das ist ein Hinweis darauf, dass sozusagen die politischen Verhältnisse sich geändert haben. Das muss man sehen. Und wir sind da in Herthen und in Mahr eben keine Ausnahme. Von daher nehme ich das zur Kenntnis. Und das ist sozusagen für mich auch ein Anreiz für die nächsten Jahre, noch stärker meine Themen, die ich ja auch vor der Wahl formuliert habe, in der Vorderung zu bringen. Frau Kapteiner, herzlichen Glückwunsch. Was sagen Sie zum Ergebnis? Ja, erstmal Dankeschön. Ich hoffe, es bleibt jetzt so. Wir sind ja ganz zum Ende ausgezählt. Über meine Ergebnisse freue ich mich sehr. Über das Ergebnis der SPD auf Landesebene natürlich nicht so. Da wird zu erörtern müssen sein, woran es gelegen hat. Dramatisch finde ich das Ergebnis der AfD, die in meinem Wahlkreis über 10% gekriegt haben bisher. Das hat mich schon sehr schockiert. Haben Sie das denn schon so richtig realisiert? Nein, ich glaube so richtig noch nicht. Also jetzt kommen die ganzen WhatsApp-Nachrichten rein und die Leute drumherum, die sich freuen. Und ich glaube, es ist wirklich angekommen. Bei mir ist es wahrscheinlich morgen früh, wenn ich wach werde. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich nicht so richtig, wenn ich wach werde.